hier ist auch gegenstand aufnehmen ja 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 insekten jetzt als hätte ich nicht schon 1000 guck mal die bettwäsche ist perfekt für dich manu ja ja doch fische hier ist noch eine kiste ich bin auch schon ziemlich ja ich bin auch voll der einzige der nicht voll jetzt habe ich was rausgeschmissen der einzige der nicht voll ist ihr meint ihr ja ja der leuchtet nicht mehr dann weiter nach oben ist auf jeden fall schon wieder oh ja hier ist ein eingang oder hier geht das irgendwie hoch hallo hier ist irgendwie sonnen da steht selene dafür haben wir den schlüssel ja sehr los dann rein in selene nötig eine lötlampe hast du mal eine lötlampe die ernsthaft jetzt also sieht nicht gesund aus na ja das werden wir sehen wenn wir drin sind aber ohne lötlampe schon mal schlecht also erstmal brauchen wir eine lötlampe ich hab die lizenz zu löten dann lizenz erhält dann tue ich die klöten löten tja das ist natürlich da oder oder ich fahr zu schnell es geht manu ja 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 heißt leg mich am mors das wollte sie wahrscheinlich auch ausdrücken aber hier ist mehr aber ich muss jetzt erst mal ich muss mich erst mal raus fahren hier ist auf jeden fall hier ist eis die brauchen wir nicht weiter da oben da das observatorin war da noch noch irgendwie ist noch leuchten ja ich habe noch leuchtenden gefunden hat vielleicht das war auch oder so gott der springt ich mach nur mal fried freestyle freestyle ist wahrscheinlich wieder mit br nee aber mit nach haus aber da ist noch da gibt es bestimmt lötlampe also sieht so also hier sieht das sehr lötlampe ich ich würde mit einem ding fahren wo alle drauf sitzen geht keiner verloren habe ich mir auch schon gedacht am besten ist wir lassen sie einen einen guten guten fahrer fahren wer soll das sein ich weiß jemanden kann man auch noch kabel die kabel ziehen kabel los da hier waren wir hier irgendwie verbinden das muss man hier irgendwie verbinden offensichtlich weil hier können wir nämlich die stromkabel anschließen mal welche also hier kommen wir nicht rein ja vielleicht mal so was nicht recht keine ahnung ja dann machen wir mal guck mal was denn so ja mal treppchen ja hier sind überall diese kleinen iglos sozusagen hier ist auch noch so hier ist irgendwas ein kasten was auch immer das ist was ist das hier kabel ziehen okay habe loslassen hier ist so ich bin ich habe kabel gezogen leute ich bin mal ganz kurz weg ja ja kalle wo ist kalle manu was denn wo bist du ja wo bist du denn hier ich bin noch am anfang hier guck mal hier ich dreh dich mal um ja guck mal hier habe ich jetzt dieses kabel ja guck mal hier ist so ein ding komm mal hier hoch hier ist so ein teil schau mal hier ist so ein teil wenn du hier hochkommst hier ist noch so ein ding schau mal da gucke und das ist bestimmt hier der anschluss dafür warte mal kabel die tada was passiert nix ja wahrscheinlich ganz kalle soll fahren ja das wäre gut wenn was anschalten denke ich weißt du also ach du meinst sie sollen die ganzen hütten jetzt hier verbinden und dann schreiben das an ich denke dass das ist also so und dann hier unten praktisch der nächste dann irgendwie guck mal hier bei 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 ollie ist auch so einer ja wohin hier auf der brücke gehöre geht das warte hier kabel man hier hier auf der brücke da warte geht das geht das geht das geht nicht geht nicht der geht nicht bis hierhin komme ich aber dann ist soweit da oben ist auch sonst ist das hier schon mal da oben ist und da wenn ich den jetzt hier an mache kann man den hier kann man auch ran machen müssen wieder eine ganze dings machen die ganze kette oder sowas muss ich jetzt von hier ein entfernen nein nein aber der ist hier nicht richtig oder guck mal den kann man gar nicht hier glauben ich muss mal eben und den kann man anscheinend gar nicht verbinden ja den kann man nicht verbinden so manu hatte die zündende idee kann ich den hier anmachen ja manu wir müssen eine ganz lange schnur machen ok so reden wir müssen guck mal ich gehe jetzt mal hier runter zum anfang ja glaube wir müssen hier eine ganz kuckuck mal wo ich nicht mehr schön jetzt ist das hier an oder die türen sind auf aber nicht alle oder zumindest einige ja den rest muss man wahrscheinlich doch guck mal hier weil es auch so ein generator siehst du da da steht ein generator da oben aber ich neugierig in welchem bist du denn jetzt drin in der ersten bin ich rein hier oben hier 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 kann man ja ich komme hier im fitnessraum drin jetzt im fitnessraum und ich komme tschüss weg da kann ich auch nehmen hier ist noch eine kiste wo man das mal gucken wo man das verbinden kann okay aber eine nachricht oder so eine notiz oder öllampe lötlampe ach lötlampe ja genau noch nicht die werden wir schon aufbinden so jetzt hier rein was andreas da gute nacht und schönes wochenende wünsche ich dir hier ist auch gegenstand aufnehmen ja 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 insekten jetzt als hätte ich nicht schon 1000 guck mal die bettwäsche ist perfekt für dich manu ja ja doch fische hier ist noch eine kiste ich bin auch schon ziemlich ja ich bin auch voll der einzige der nicht voll jetzt habe ich was rausgeschmissen der einzige der nicht voll ist aber die kokosnuss verschlungen der kokosnuss fertig kokosnuss verkauft was ist das kein plastik guck mal der jemand verbindet schon aber er weiß nicht wie ja weil sie gewinnt ein token also jetzt meine vermutung so jetzt meinerseits wenn wir hier diese tokens finden dann vermute ich mal und ich bin nämlich weit aus dem fenster dass man hier irgendwie wie in balboa wahrscheinlich noch auf sicht irgendwelche so einen automaten findet wo man dann irgendwie keine notizen nix und kommt vielleicht noch hast du die große kiste leer gemacht ja gut ehemann ja mal ich habe hier das hier falls du mal hunger hast weil manu habe ich auch was zu essen hier auf boden hier auf dem boden okay ich habe auch noch reichlich davon ja ja warte ab da warte ab ja gut dahin geht es so ich glaube von hier müssen wir du hast da da ist ja auch noch einer hier oben da oben ja da müssen wir hin zwar wahrscheinlich die hier dann also hatte mal komme ich ihn da hoch hier erwarte ich oder wo es auch mal hier hier kommst du hoch und ja ich muss aber mit dem seil in der hand na so geht was habe ich jetzt gemacht okay das geht und von hier aus wo müssen wir dann hin darunter darunter warte da ihr hin ja er geht nicht auch der auch aber da war die der raum geht auf also die hier ist jetzt wieder eine ach so hier kann man jetzt wieder hier ist jetzt wieder eine krankenstation oder was ist das hier dieser junge datt ist wirklich schlau mit material das wir geboren hatten konnte er mein boot reparieren ruben hat erholt sich auch aber er scheint nicht viel mit mir reden zu wollen beide starren mich an wenn ich mit henry spreche henry mag es nicht wie sie uns ansehen ich glaube ich muss etwas tun hier ist auch ein bisschen ein bisschen plunder ist hier noch hier ist noch eine kiste ich habe schon einmal genommen hier könnt ihr noch in der ecke und hier ist noch eine kiste schau mal da schau mal jemand du die kiste manu die heilsalbe ich habe auch eine ich habe eine eingesteckt auch schon aber auch nix tolles kartoffeln rüben koos nötig ist wir brauchen trinken und nicht ähnlich es ja trinken sich auch das ist dann das problem ja wir haben doch die schmue sie es ja ich habe meine meine sind alle ich habe noch okay ach so ich habe noch zwei stück alles gut ich habe ja die erst die ersten so jetzt habe ich von hier nach da gemacht hier hinten ist eine auf gar nicht da waren wir da schon ich denke nicht da waren wir noch nicht nach das geht ja noch da weiter na ja er war nicht die ganze schrott mit ganz ehrlich wir müssen nachher mal zusammenpacken was ist das denn hier gegenstand auf dem gast du hast doch so eins schon oder ja deswegen wir müssen da jetzt nachher mal ein bisschen zusammenpacken und hier liegt ein token unterm kissen alle haben sie die gleiche bettwäsche ne achte der mische kollegial ja ich glaube auch so von hier aus von hier aus nach darüber oder haben wir überhaupt genug kabel von hier aus hier rüber ja genau und hier geht die treppe hoch hier kann man auch wieder reingehen ja guck mal auch mal den kram wenn man deko möchte ja es ist denn das hier was ist das wenn sie guck mal hier da kann die top pflanzen kaufen und eine tasse kannst du auch kaufen das ist doch cool ich weiß dann nicht mehr was man die benutzt aber schrott planke ja gut kann man haben muss man aber nicht wir brauchen eine nötlampe und kann ja echt der möge noch nicht stimmt aber vielleicht hier oben warte mal nicht nehmen wer hat platz wer hat stein ja 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 deswegen ja und holz schmeiße ich raus streiten holz habe ich nicht doch wenn ich wort geschritten der biokraftstoff fortgeschritten der biokraftstoff raffinerie eine neue raffinerie guck mal oben in der ecke ja und die lötlampe und noch ein token wie viel tokens haben wir denn warte mal wo sieht man das da ne 19 also wir haben 19 token weiß nicht wie viel man hier finden kann 20 token ich habe noch ein paket im inventar das ist ja schon mal kein paket mehr nur plundern ja bruno war doch der mit den schraubenschlüssel auf barbohr wo wir den brunos hammer brunos dings da suchen mussten weißt du noch malo dieser werkzeug was wir da zusammen gesucht haben naja auf balboa wo wir immer über die dings über die seuche da hüpfen mussten ja ja wage ja aber ich will jetzt tatsächlich nichts einkaufen weil wegen platzmangel und so ne ja würde ich jetzt auch nicht sagen ach das war noch von vorhin ok 22 es ist seit wo wir rätseln ist wirklich schlimm mit dem chat lesen ist bisschen schwierig ja detto detto war detto war detto war detto war auf caravan island caravan town oder wie ist das caravan island oder wie das hieß ja haben wir jetzt hier alle aufgemacht oder ist das jetzt ja also ich würde schon weil sie die gehen nicht auf die zwei die hier unten geht auch nicht auf geht auch nicht auf die frage ob wir das jetzt aber haupt müssen weil wir die lötlampe ist ja denke ich mal und die löser war das letzte das was wir vermutlich gebraucht haben hier ist noch was ist das hier für ein schlauch auch hier gar nicht auch machen also würde ich jetzt mal was jetzt nicht wie es hier aber jetzt weil aber ihr wisst ihr jetzt den weg noch hoch zum wo stehen denn jetzt hier unsere 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 können ein wie nimmer 1 dann verfahren wir uns nicht ständig dann suchen wir uns nicht gegenseitig und da manu das in meinen augen am allerbesten gemacht hat was ist denn hier warte mal oder guck mal hier so was denn wer geht vor wenn da ratten sind na hier ist irgendwie irgendwie solche was gesund ist ich ich gehe da mal rein mal gucken was passiert das ist nicht gut strahlt auf jeden fall da brauchst du sagt der atomkraftwerk ja da also da kann man jetzt nicht mal eben reingehen da wird man wahrscheinlich nachher noch irgendwie was weiß ich schutzanzug finden oder irgendwas später steht da merken für später okay alles klar so ja manu dann fahr uns mal bitte wieder hoch ja ich weiß aber ich weiß ja nicht wohin ich habe keine ahnung wo das ist muss erst mal raus so kann losgehen ja aber ich weiß nicht wohin ich ja da würde ich jetzt auch lang fahren tatsächlich ja aber links rechts rechts muss ja wo das da wo das leuchtet da genau aufs leuchten zu diese manu macht das gut wenn sie nämlich nicht schätzt liest fährt sie nämlich sehr gut jetzt kannst du tatsächlich mal beweisen dass es so ist obwohl ich damit nicht 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 mal im entferntes gut fahren könnte ja ich frage wie waren wir jetzt waren wir links hoch dann würde ich sagen ja so ein bisschen ist der traps weg so ja naja würde ich tatsächlich so hier ist die garage ich brauche wie gut manu kann nämlich ok würde sagen danke schön ich habe aber kein geld bei ich kann den token bezahlen so jetzt können wir wahrscheinlich hier nicht aufmachen ja jetzt kannst du hier aufmachen ja denn das ist doch selen schlüssel ja aber ja ach du scheiße seid ihr sicher dass wir da rein wollen das war's für diesen stream macht gut tschüss was ist das denn irgendwas was rutzelt oder knistert oder was auch immer interessant auch steuerstab ja ja reaktor ja genau es ist labors labort 2 1 und reaktor ein steuerstab an mann weiß aufnehmen ich heiße spatz wer dies hier findet weiß dass es sich das interesse der menschheit an erster stelle gesetzt habe immer ich wurde zusammen mit zwei kollegen nach selena dürfen wir das wissen und diese unbegrenzte grüne energie von gleichen leuten monopolisiert worden das ist mir einfach zu schwierig nötig steuerstab also was wir hier schon mal sehen was ich eben schon gesagt habe finden wir hier was ist das was ich gerade gesagt habe was wir brauchen werden genau ja strahlungsanzüge und wir müssen hier rein ja wahrscheinlich müssen die tüte dazu schüß tschüss elemente vermute dass wir jetzt uns so was hier nehmen müssen ja denke ich auch habe ich jetzt auch so was oder habe ich das nicht ach man muss das jetzt haben wir ja wunderbar hier ist überall leute der soll der anzug geht kaputt ja also 6 rb rb was ist rb das heißt man muss hier ein bisschen gas geben und sich notfalls irgendwie neuen holen oder was was muss man hier die zahlen eingeben oder irgendwas hier kann man zahlen eingeben manu ja einmal mit raus die hälfte vom anzug ist kaputt rb was heißt rb ich denke mal wir müssen uns erst mal da oben umgucken also ja ja das denke ich nämlich auch deswegen komm mal und das ist bedrückend kann das sein also ich habe richtig benötigt ein steuerstab also wir brauchen steuerstab wir benötigen ja steuerstäbe wir brauchen hier benötigen wir einen reaktor schlüssel warte ich ziehe jetzt gleich mal neuen anzug an und dann gucke ich noch mal was das mit diesem rb auf sich hat warum geht das mal wieder zu geh noch mal hier rein guck mal da pm 61 pm 61 jemand nur ja hier ach du scheiße was brauchen wir denn c i wo seid ihr denn pt einmal reingegangen ich wollte das gucken aber das ist zu viel ja du musst man muss sie mal aufschreiben die das sind ja ich verstehe das man muss hier die 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 ganzen sachen aufschreiben manu du kannst auch mal den anzug manu sucht drucken ich würde vorschlagen einer geht runter und einer schreibt ich schreibe schreibe einer der oben ist und der keine stadt hat stress hat der in ruhe einfach stehen und schreibe ich schreibe ich gleich mit neuen anzug runter und schreibe und sagte die 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 hohen die an den computern sind ja am besten wir schreiben alle auf und dann sehen wir welche wir brauchen aber wir machen einen durchgang wo wir erst mal schreiben wo wir erst mal alle zahlen schreiben und dann sehen wir danach im nächsten durchgang welche wir wirklich brauchen aber hauptsache wir haben erst mal alle wie wäre es wie wäre es wenn wir nur die zahlen brauchen die an den computern sind oder wir gucken erst was an den computer steht aber da kann man auch schnell ein übersehen oder nicht die frage ist wie viele zahlen sind das an den computer wie viel müssen wir eingeben soll ich jetzt erst mal die computer angucken ja bitte